Hi liebe Leute, hier ist Daniel, ich bin heute in der Toskana und im Urlaub, aber natürlich auch im Urlaub kann ich mir nicht nehmen lassen zu Biken und ich habe auch die kleine Kamera mit, um euch ein Tutorial zu machen für ein spezielles Thema und zwar habe ich natürlich hier, wie ihr seht, von Landhill Bikes, also das ist die Verleihstation und die geführten Touren, die man hier machen kann von Daniel und seinen Kollegen, habe ich schöne Specialized E-Bikes, Levo, ich habe einen Kinderanhänger dran, das wisst ihr ja, dass ich mit Baby unterwegs bin, aber heute mal ohne Anhänger, das heißt, ich kann wieder ein bisschen rumspielen und da kommt ja oft die Frage, kann ich mit dem E-Bike den Wheelie machen oder wie kann ich den mit dem E-Bike lernen? Deswegen ein paar Tipps von mir und dann könnt ihr auch mit eurem E-Bike, was ja schwerer ist, oft auch länger von der Geometrie ist, einfach mal schauen, dass ihr weiter übt, ich verlinke auch mal das eine Video, was ich schon dazu gemacht habe oder ein, zwei Videos, wo ihr ein paar Tipps bekommt und dann könnt ihr gut üben. So, liebe Leute, also der Wheelie mit dem E-Bike, jetzt könnte man sagen, braucht man dafür ein eigenes Video, ist ein E-Bike nicht auch einfach ein Fahrrad? Ja, im Grunde kann man sagen, das stimmt, aber es gibt ein paar Faktoren, die es für euch teilweise schwieriger machen, den Wheelie zu lernen, das ist natürlich einerseits, das E-Bike ist ein bisschen schwerer, also ich habe hier einen Specialized mit Brosomotor, das ist hier von der Verleihfleute von Lantilbikes, das, keine Ahnung, 23 Kilo vielleicht. Also ich habe zu Hause ein Flyerbike, das wisst ihr ja, das kennt ihr ja mit meiner Rohrlauchschaltung, das ist ein bisschen länger, weil ich den Boschmotor habe und längere Streben habe und hier habe ich eine Kettenschaltung, jetzt gucke ich einfach mal, dass ich für den Wheelie wieder einen leichteren Gang reinschalte. Wir haben nämlich hier einen Parkplatz, der leicht bergauf geht, jetzt natürlich die Frage mit dem E-Bike, einer der Faktoren, auf die ich jetzt eingehe, ist der Motor und den mache ich hier mal an, so, da ist jetzt die Frage, wenn ihr es mit Unterstützung üben wollt, dann nur mit einem Balken, weil, der Grund ist nämlich der, weil, ihr wisst, der Motor steuert ja dazu, wenn ihr tretet und je mehr ihr reintretet, das ist ein Sensor, desto mehr schaltet der hinzu. Deswegen würde ich sogar sagen, wenn ihr den Wheelie noch gar nicht beherrscht, würde ich sogar empfehlen, ganz auf Off zu gehen, also ohne Unterstützung erstmal, das zu üben, dafür dann vielleicht einen Gang leichter, weil ihr ja ein recht schweres Fahrrad habt. Dann könnt ihr trotzdem diese Explosivität, aber ihr könnt noch besser beim Treten dosieren, wie viel Power gebe ich da rein und nicht, dass ihr das Problem habt, dass der Motor immer so viel zu steuert und ihr merkt, es wird schneller, als ihr eigentlich wollt. So, liebe Leute, also, ich bin hier mit dem E-Bike unterwegs, in diesem Fall ein E-Mountainbike, für alle, die jetzt kein E-Mountainbike fahren, vielleicht ein E-Trekkingrad oder ein anderes, es geht auch mit anderen E-Bikes, ihr wisst, E-Bikes haben in der Regel Scheibenbremsen, also eine gute Hinterradbremse ist nämlich wichtig für den Wheelie, das geht auch mit normalen Fahrrädern, also mit normalen E-Bikes, falls ihr jetzt die Frage habt, ob das jetzt nur mit dem E-Mountainbike geht. Ein Wheelie ist ja kein Ding, wo man irgendwie im Download das macht, sondern das könnt ihr auf dem Weg zur Arbeit, das könnt ihr immer üben. Ich werde euch jetzt die Punkte aufzählen, die ihr beachten müsst, wenn ihr mit dem E-Bike den Wheelie lernen wollt. Und ich gehe jetzt davon aus, wenn ihr das Video guckt, dass ihr den Wheelie vielleicht noch gar nicht könnt oder ein bisschen könnt. Und am Ende werde ich noch ein paar Tipps geben für Leute, die ihn schon so ein bisschen besser können, aber es noch länger und noch besser können wollen. Punkt 1 natürlich das Material. Ändert sich jetzt was zu den normalen Tutorials mit dem Wheelie beim E-Bike? Natürlich habt ihr hier mehr Gewicht und das heißt, oft muss der Impuls stärker sein beim Reintreten, weil ihr mehr Masse hochkriegen müsst. Fangen wir mal kurz bei der Sattelhöhe an. Da kennt ihr die Empfehlung, wir haben hier eine schöne Variostütze dran. Zum Üben würde ich mit dem Wheelie so auf halbe Höhe machen, den Sattel. Wenn ihr den Wheelie schon besser könnt und ihr habt ihn dann weiter ausgefahren, das ist auch ganz gut, weil ihr dann natürlich noch im Wheelie noch weiter über der Hinterachse seid. Da könnt ihr ein bisschen selber mit experimentieren. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mache ihn ja ganz unten, aber ich finde dann ist es schwieriger, weil man wirklich zu niedrig ist und nicht mehr so weit über die Hinterachse kommt. Probiert selber mal ein bisschen rum. Gut, natürlich besser mit Flat Padels üben als mit Klickpedalen. Ihr braucht eine gut funktionierende Hinterradbremse, die ihr mit einem Finger bremsen könnt, damit ihr die anderen Finger am Griff habt. Also ganz wichtig für den Wheelie. Und genug Gänge. Es geht jetzt hier bergauf. Deswegen habe ich jetzt so einen zweiten, dritten Gang. Das variiert natürlich, welche Übersetzung ihr habt. Aber wenn ihr bergauf übt und ihr wollt ein gutes Momentum beim Antreten hinkriegen, dann braucht ihr auf jeden Fall auch einen leichten Gang. Und ich empfehle euch, das ist gleich wie beim normalen Wheelie üben, nur bergauf zu üben, wenn ihr den Wheelie noch nicht könnt. Nicht sofort in der Ebene. Ihr werdet dort immer so schnell mit Bremsen. Besser ist, erst mal nur leicht bergauf zu üben. Deswegen haben wir jetzt hier diese Straße genommen. Jetzt ist die Frage, Motor an oder Motor aus. Man könnte sagen, der Motor hilft einem beim Antreten mehr Kick reinzukriegen. Das stimmt. Aber ich bin der Meinung, das ist mein Erfahrungswert, weil ich bin ja auch nicht als E-Miker geboren worden. Mein Tipp wäre, lasst erst mal die Unterstützung weg. Weil dann könnt ihr dieses natürliche Pedalieren, das dosieren. Ihr müsst selber dosieren, wie stark ihr reintretet. Das funktioniert besser, weil der Motor, der steuert immer Unterstützung zu. Und wenn ihr dann im Wheelie seid und es passt ganz gut, dann steuert der Motor zu und ihr merkt, ihr werdet wieder zu schnell. Das heißt, das mit dem Motor, das würde ich erst mal später dazu kommen lassen, wenn ihr schon den Wheelie ganz gut könnt. So, dann geht es natürlich ans Üben. Und ihr wisst, ich habe ja unten nochmal verlinkt, die bisherigen Wheelie-Videos und einen Artikel dazu von mir. Da kommt auch noch was Neues, das werde ich euch auch verlinken, wenn es soweit ist. Und zwar, ihr seht ja hier, ich habe noch zum Material zwei kleinen Sachen. Einmal die Laufradgröße. Ob ihr jetzt ein größeres Laufrad habt oder ein kleineres Laufrad, das ist im Grunde wirklich egal. Also wichtig ist, macht euch nicht so viele Gedanken da oben. Viele sind dann schon im Kopf gehämmt, weil sie sagen, oh mein E-Bike ist schwer, ich schaffe das nicht so. Oh, liegt daran, weil ich große Laufräder habe, ich schaffe das nicht so. Natürlich könnt ihr einen höheren Vorbau, einen höheren Lenker machen, dann ist es einfacher. Aber man kann den Wheelie mit jedem Bike lernen. Wichtig für die Sicherheit, eine gut funktionierende Bremse. Was die Federung angeht, mein Tipp wäre, lasst es einfach so, wie ihr es immer habt. Also nicht jetzt irgendwie zumachen, sondern einfach offen lassen. So, jetzt seid ihr am Üben, sucht euch erstmal eine Straße oder einen Parkplatz. Verkehrsberuhigung ohne Passanten oder Autos, die ihr stören könnt oder die euch stören. Und dann wisst ihr die Kombination der verschiedenen Elemente wäre einerseits dieses, dass man sich erst klein macht. Und dann, wenn man lostritt, nach hinten lehnt. Das ist auf jeden Fall ein Element, diese Kombination aus dem Lostreten und dem nach hinten lehnen. Da habe ich, wie gesagt, noch ein paar Tipps in den anderen Videos. Und jetzt beim E-Bike ist es so, durch das Gewicht und die Länge oft, lange Kettenstreben, ist es gut, wenn ihr es richtig explosiv reintretet. Das mache ich mal vor. Bitte übt erstmal in der Mitte der Straße, nicht am Rand, weil man schon am Anfang kippt man zur Seite. Und wenn ihr da einen Busch habt oder einen Abgrund, dann fallt ihr da rein. Echt schon Leuten passiert. Finger an der Hinterbremse. Und dann fangt ihr erstmal an mit kleinen Willi-Impulsen. Sich klein machen und beim Lospedalieren sich groß machen. So, das reicht erstmal. Erstmal zu gucken, kriegt man diese Bewegung hin. Und ihr habt gemerkt, damit ich das lange Bike jetzt mit dem flachen Winkel überhaupt in die Höhe kriege, habe ich es sehr explosiv reingetreten. Dann müsst ihr gucken, wo ist euer Schoko-Fuß. Bei mir ist es so, wenn das rechte Pedal hier so auf 12 Uhr ist, das ist der Moment, wo ich dann voll reintrete. Also, müsst ihr gucken, ob ihr den linken oder den rechten da oben habt. Ich mache es noch einmal vor. Da gibt es jetzt viele Lernmethoden. Zum Beispiel könnt ihr euch das immer so sagen. Und jetzt reintreten. So, das reicht erstmal. Ihr wisst ja, die typischen Fehler wären zu sagen, Leute ziehen den Lenker zu sich. Gesicht und Lenker kommen sich nah, es fällt wieder runter. Das wäre ein typischer Fehler. Oder das Kopfthema, dass man sich erstmal herantasten muss an die Höhe beim Wheelie. Wichtig, erstmal die Arme am Anfang strecken, sich zurücklehnen und dann kann man anfangen, die Pedalumdrehung zu zählen. So, wie ihr wisst, ich bin im MMI, weil ich hier unterwegs bin, aber ich habe den Motor immer noch auf Aus. Das empfehle ich euch am Anfang auch. So, jetzt zähle ich mal ein bisschen mit. So, wenn ihr euch unwohl fühlt und ihr habt noch nie Wheelie gegibt, ihr wisst, ihr braucht immer den Bremsfinger. Und ihr könnt jetzt, wenn ihr sagt, ich gehe weiter, auch sagen, ich drehe zweimal rein und ziehe dann die hintere Bremse. Rein treten und die Bremse ziehen. Das Betätigen der Hinternbremse lässt das Vorderrad wieder runterkommen. Der Sinn dieser Übung ist, dass ihr wirklich wisst, wenn ihr euch erschreckt und ihr geht in eine Schockstarre, dass trotzdem der Finger kommt. Es gibt wirklich Leute, die dann irgendwann auf den Rücken legen. Klar, man kann natürlich am Anfang auch mal abspringen, das mache ich euch einmal vor. Wie beim normalen Bike, das wäre beim E-Bike aber auch ungünstig, wenn ihr das immer macht. Am Anfang einmal okay, zu viel. Und dann seht ihr, ihr landet auf den Füßen. Könnt ihr einmal machen, damit der Kopf weiß, das ist sicher. Aber sonst bitte immer mit der Hinternbremse beenden. So, ich habe jetzt mal den Motor auf die unterste Unterstützung. Die könnt ihr hier beim Brose auch selber einstellen. Die ist jetzt schon recht stark eingestellt. Dann seht ihr, das geht natürlich leichter in den Wheelie rein. Der Motor läuft jetzt. Der Grund ist folgender, wenn man jetzt exklusiv reintritt, gibt der Motor Unterstützung zu. Deswegen habe ich jetzt nur auf Eco. Ich müsste hier gucken, ob ihr Yamaha, Brose, Bosch, je nachdem welchen Motor ihr habt, wie das dann Shimano, welchen Motor ihr habt. Zu gucken, heißt es Eco oder Low. Also bitte in der unteren Unterstützungsstufe starten. Weil je mehr Power da reingeht, das kann beim Wheelie lernen stören. Nachher, wenn ihr sagt, ihr braucht mal kurz einen Boost, dann könnt ihr auch eine höhere Unterstützung reinmachen. Jetzt erstmal bei geringer Unterstützung. Erstmal gucken, wie fühlt sich das denn im Wheelie an, wenn der Motor dabei unterstützt. Steuert euch das, hilft euch das. Und ein bisschen mal gucken, für euch ausprobieren. Jetzt kennt ihr noch meinen Top-Tipp, den ich schon seit einigen Videos gebe, seit ja ein paar Jahren schon. Mit dem Po ein bisschen nach vorne rutschen. Und dann könnt ihr gleich, wenn ihr im Wheelie seid, das geht mit dem E-Bike auch, obwohl das natürlich schwerer ist, mit dem Steifbein, oben im Poende, hier drauf drücken. Das macht man so mit dem Becken. Und dann habt ihr auf einmal viel leichtere Arme. Dann könnt ihr locker hier fahren und seid nicht mehr so unter Spannung. Kriegt ihr längere Wheelies hin. Hängt auch ein bisschen ab vom Sattel. Hier, das hat einen schönen Specialized Body-Geometrie-Sattel, die mochte ich schon immer. Da sitzt man hier schön und kann hier auf die Kante drücken. Das hilft auf jeden Fall sehr. Ist natürlich schwer zu demonstrieren, aber ihr werdet es merken, dann könnt ihr auch mal die Hand vom Lenker nehmen. Mache ich euch einmal vor. Also, ich rutsche mit dem Po nach vorne. Dann starte ich hier wieder mit dem Motor. Und dann werdet ihr gesehen, es ist einfacher, wenn ich das so mache. Also, ihr merkt natürlich, ich war auf der unteren Unterstützung und trotzdem bin ich sehr viel schneller geworden. Das ist der Punkt mit dem E-Bike. Der Motor unterstützt, wenn man das halt will, ist es gut. Wenn man es halt nicht will, beim Lernen, ihr wisst natürlich, die seitliche Balance, sich auf dem Bike zu bewegen, die Beine zum Ausleihen zu nutzen. Das sind erstmal die wichtigen Punkte, bevor ihr dann sagt, ich will vielleicht ein Power-Wheelie machen und nutze den Motor. Genau. Deswegen würde ich sagen, ein, zwei Praxisbeispiele noch für euch und dann üben, üben, üben. Übt bitte immer nur so 20 Minuten. Ich verlinke euch auch mal das Video von Tanja, wie lange braucht man für Manual Wheelie, damit ihr auch motiviert seid. Wenn Tanja das geübt hat und kann, dann werdet ihr das auch hinkriegen. Also, wie ihr den Wheelie Impulse auch mit dem E-Bike gut nutzen könnt. Ihr fahrt einen schwierigen Trail hoch. Ihr werdet gleich mit dem E-Bike viel mehr steile Trails hochfahren. Ihr habt da eine Stufe drin. Hier ist erstmal zum üben, eine Bordsteinkante. Dann könnt ihr auch wieder Schokofuß hoch. Ihr müsst dann gucken, dass die Entfernung passt. Das ist ein bisschen Learning by Doing. Halbe Radlänge, Radlänge, je nachdem, wie schnell ihr seid. Und dann mit dem Wheelie Impulse Motor an. Das hilft jetzt auf jeden Fall, Power zu kriegen. Dann könnt ihr euer Vorderrad auf die Kante legen und dann aufstehen. Wichtig ist dabei zu beachten, vor allen Dingen, wenn das ein hoher Baumstamm ist, dass ihr in dem Moment, wo ihr mit dem Hinterrad drüber geht, also euch aufrichtet hochspringt, die Kurbeln wieder parallel sind. Das ist dann ganz wichtig, damit ihr nicht mit der Kurbel auf dem Bordstein oder Baumstamm, dicke Wurzeln, je nachdem, hängen bleibt. So, liebe Leute, jetzt habt ihr ein paar Tipps bekommen für das Thema Wheelie mit dem E-Bike. Vielleicht in den Aufnahmen, ich habe hier ein paar gemacht und jetzt auch gerade nochmal, habt ihr vielleicht gesehen, je nachdem, wie lang euer Bike ist, unterscheidet sich natürlich bei E-Bikes sehr, ist der Streetpoint teilweise höher. Er ist beim Wheelie eh höher als beim Manual. Man sitzt hier fest im Sattel und da müsst ihr euch natürlich auch mentale rantasten. Das macht ihr, indem ihr die Hinterbremse immer wieder zieht, damit ihr wisst, wenn es zu viel ist, kommt der Punkt und dann gerade jetzt im Winter üben, üben, üben. Ich danke nochmal an Landhill-Bikes für das Leihbike. Ich werde es unten mal verlinken. Für mich schön, mal einen Brose-Motor zu fahren. Ist anders als mein Bosch-Motor. Ich bin noch mal eine Zeit lang für den Test gerade ein paar Monate in Shimano gefahren und Panasonic. Also ich kenne mich jetzt ganz gut damit aus. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wenn ihr andere Themen habt zum E-Biken. Ja, ihr wisst, das mache ich ja schon länger auch Videos mit E-Bikes. Also bitte kein Hate jetzt oder so. Und wir sehen uns im nächsten Video. Übt viel. Bis dann.